Musik Man kann es schon im Aussenbereich dieses Gebäudes beobachten. Hier macht man sich Gedanken über den Energieverbrauch von mechanisch belüfteten Stahlungen. Die Zuluft wird nicht direkt von aussen bezogen, sondern über einen Erdwärmetauscher. Er besteht hier aus zwei Rohren, 40 cm Durchmesserripperrohren, die zweieinhalb Meter tief im Boden verlegt sind. Und die auch dafür sorgen, dass im Winter die Temperatur angehoben wird. Zurzeit messen wir zum Beispiel eine Aussentemperatur von minus 3 Grad. Die einkommende Luft hat 6,5 Grad. Das ist nur eins aus einer ganzen Reihe von Forschungsthemen in diesem Abfährlistall an der Forschungsanstalt Agroskop Reckenholz-Däniken. Im Wesentlichen geht es hier aber um die Frage der Reduktion des Energieaufwands in klimatisierten Räumen. Wir versuchen herauszufinden, wie gross das Energiesparpotenzial ist. Dazu haben wir jetzt einen Versuch, der läuft in zwei Kammern. Der Fokus liegt dabei auf der Beheizung der Fährlinäste, der Lüftertechnologie und der Regelung der Luftdrahten. Oder anders ausdrückt, am Luftaustausch. Das hier ist die Nordkammer mit 8 Abfährli-Buchten. Sie widerspiegeln die Heiz- und Klimatechnologie in einem herkömmlichen Stall. Die Luftdrahten wird nach der Stahltemperatur gesteuert. Die Fährlinäste werden permanent mit der klassischen Infrarotlampen beheizt und sind nach zwei Seiten offen. Und der Stalllüfter ist mit einer Fasenanschnittsteuerung ausgestattet. Die Südkammer, die während unserem Besuch nach dem Absetzen gerade leer steht, ist energetisch optimiert worden. Die Fährlinäste sind hier auf alle Seiten isoliert. Auch der Boden ist mit einer Gummimatte ausgerüstet. Die elektrische Heizung, die im Deckel eingebaut ist, wird durch einen Temperaturmessstab im Heizbereich des Nestes reguliert. Der Deckellüfter wird elektronisch gesteuert und die Luftdrahten werden anhand des gemessenen CO2-Werts in der Stallluft des Abfährli-Zimmers geregelt. Hier dahinter steht folgende Überlegung. Wir messen kontinuierlich die CO2-Konzentration, die in Abhängigkeit ist der Aktivität der Tiere und des Tierbestandes. Wird die CO2-Konzentration höher, dann geht der Lüfter hoch, wird die Luftdraht höher sinken, die CO2-Konzentration, dann wird auch die Luftdraht reduziert. So können wir immer um die Uhr bedarfsgerecht lüften, ohne dass wir zu viel lüften, vor allem während der Nacht. Und das Ziel ist, auf diese Art und Weise Energie zu sparen. Die Forschungsarbeiten haben vor drei Monaten angefangen und detaillierte Ergebnisse fehlen zurzeit noch. Eins kann man aber heute schon sagen. Die Ferkelnestheizung, das ist doch sehr klar, da sind wir im Bereich von ein Drittel Energie für die Ferkelnester hier in diesem optimierten Bereich, in der Südkammer gegenüber der Nordkammer. Und wie sieht es mit dem Erdwärmetauscher aus? Die klassische Erdwärmetauscher mit Rippenrohren, wie wir hier haben, unter dir das verlegt, heutzutage bei den heutigen Energiepreisen sich nicht zurückzahlen lässt. Allein nur durch Reduktion des Energiebedarfs. Anders sieht es beim elektronisch gestörten Lüfter aus. Bereits hat der weniger als die Hälfte der Energie vom herkömmlichen Ventilator verbraucht. Die Frage nach der Halbierung des Energieaufwands in einem klimatisierten Abfährlistallraum, durch eine richtige Handhabung des Stallklimas und ohne grössere Investitionen vorzunehmen, bleibt bis zu den ersten Auswertungsresultaten aber bestehen. Ein Schlüsselergebnis werden auch sicher die Messungen der CO2-gesteuerten Lüftung liefern. Jetzt schon klar ist, dass ein rechtes Sparpotenzial mit einer bedarfsgerechten Luftdrahtregulierung und einem temperaturkontrollierten Ferrinest vorhanden ist. Für den Fergarnester ist es auch so, weil das Endsparpotenzial so enorm ist, also bis zu 900 kWh pro Jahr, multipliziert man das mit 15 Rappen, dann geht man auf 135 Fr. Da sieht man auch, wenn man 500 Fr. mehr investiert im Fergarnest, hat man schon nach vier Jahren zurück geringere Energiekosten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017